Musik Ja, in diesem Video geht es um Lego-Figuren oder ja, Lego-Sachen über den 2. Weltkrieg. Ähm, es zeigt ja auch schon der neue Intro, oder das Intro, ja. Und da habe ich hier einfach ein MBWs Jeep gebaut, hier schon ein Schirmpanzer und dann kommen wir auch schon zu den Deutschen, denn ich habe vor, nämlich Brickfilme zu machen, also so Fotofilme. Man darf es ja nicht Lego-Filme nennen, weil die macht ja nur Lego. Und, naja gut, ihr wisst, was ich meine und ja, dazu mache ich halt so Filme und wenn es euch gefällt, also wenn ihr wollt, dass ich solche Filme mache, dann gebt doch dem Video einen Daumen nach oben und schreibt vielleicht was in die Kommentare und abonniert, um keine weiteren Bilder oder keine weiteren so Brickfilme oder MOCs, also MOCs zu verpassen und so weiter und so fort und ja, dankeschön fürs Zuschauen und bis dann, ciao! Ciao! Bis zum nächsten Mal.